Wollen wir das Auto hier stehen lassen? Jaja, ich lass mal hier stehen. Ich wollte jetzt auch nicht in der Vergangenheit hier noch hinstellen und dann stehen ja 1000 Autos. Jaja, das ist dann zu riskant. Schauen wir mal, was das Quad kostet, Leute. Das Quad, das können wir mit Autoführerschein fahren. Das Quad tatsächlich, das können wir mit Autoführerschein fahren. Motorrad, jetzt muss er noch... Hier, 15.000, sind wir mit. Boah, geil. Dann tun wir das mal auf oder wollen wir es komplett weiß? Affe. Der Affe. Was war die denn da? Ja, ich hab nur eine Weihnachtsfrau. Oh mein Gott. Ich kann es mir nicht leisten, wirklich. Den Turbo. Hey Steffi. Ich muss das Geld abheben. Ich muss das Geld abheben. Ich muss das Geld abheben. Ich musste sogar ein bisschen Geld holen. Mit 20 bin ich nicht rausgekommen. Ne? Ne, leider nicht. So, am besten wir lassen das so Standard, oder? Mit den Felgen. Ja, aber was hast du vorgenommen für Weiß? Ja, normales Weiß. Weiß und Weiß. Ganz normal. Ja, die Standardfelgen bekomme ich aber nicht mehr drauf. Ja, ist egal. Dann haben wir halt ein Quad, was nicht so aussieht. Ist egal. Okay. Wichtig ist nur, dass alle dieselben Kennzeichen auch mit dran haben. Nach dem Weiß. Dieses California weiße Kennzeichen. Jo, hab ich. Genau. Gyros. Beste Kennzeichen. Geil, oder? Ja, richtig geil. Das Gyros Mobil. Weiß noch ein extra. Schade. Aber es quatscht sieht cool aus. Gefällt mir. Wir müssen damit einen Bankraub machen. Boah. Du wirst gleich damit dabei uns das nicht angemeldet. Deswegen wollte ich jetzt nicht provozieren, dass wir das nicht reinhalten haben. Ne, ist das scheißegal. Aber ich tue es dann das Kennzeichen um später. Wo wir dann wegfahren. Wir können es nicht abwachen, ne? Nö. Das habe ich ja gesagt, wir haben so viele Kennzeichen unten, oder? Ja, ja. Ich will einfach so ein Wunschkennzeichen dran montieren, wenn wir dann dabei sind. Aber jetzt hat ja jeder gesehen, dass wir das fahren. Einfach Wunschkennzeichen, Armpappen, fertig. Ja, gut. Dann machen wir so. Und dann fangen wir gleich ganz kurz da mal dahin, wo wir wollen, ne? Da kannst du mich ja dann auch mitnehmen. Tragen. Jo, natürlich. Den Weg da. Schauen wir uns dann gleich an. So. Ach, Entschuldigung. Geht es doch für alle? Also, ich bin drin. Probier du, Freddy. Der Totschi ist jetzt. Ja, wenn er auch drin ist. Also, das Oberteil ist die 305. Oberteil 1. Bla moin. Unterteil, was hast du da? Habe ich die 15. Unterstatt 1. Olli? Ja. Wer ist der Rucksack unter Kette drum? Sag mal, wo bist denn du bitte? Der ist Rucksack 1, die Nummer 52. Und Farbe die 2. Welche Farbe hast denn du? Oberteil? Äh, die 25. Ah, passt. Unterstatt 15. Ah, passt. Arme habe ich die 17. Arme 1. Warte. Ja. Arme 2, die 4. Ja. Hose die 1. Äh, Arme du hast aber gerade Handschuhe an. Also, ich finde das gerade irgendwie nicht. Arme 1 ist 17. Ach 17. Arme 1 ist 17. Und dann Arme 2 die Nummer 4. Weißt du was cool wäre? Wenn man einfach ein Outfit kopieren könnte von jemandem. Gehst du hin und fragst nach dem Outfit. Das wäre so geil. Ja. Ja. Hose einfach 1 und Hose 2 0. Also Farbe Standard. Genau. Schuhe 1, die 57. Ist der Squad jetzt schon farblich angepasst oder? Also unsere sind weiß. Was? Farbe? Was? Nochmal. Schuhe 1, die 57. Achso. Wir sind gerade dort beim Juwelier oben. Bei dem Umziehladen da. Hier um die Ecke. Alles klar. Da direkt mit dem Quotten kommen oder? Ja, kannst du machen. Wir machen heute später Wunschkindzeichen dran. Alles klar. Jungs, 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 Jungs. So. Perfekt. Warte mal, dass ich dann noch mit Helm nochmal neu speichert. Jo. Jetzt brauche ich noch den Helm. Welcher Helm ist denn das? Ah, den hat. Die 16 und dann... Ah, ich brauche noch eine andere Brille. So. Dann die 7. 16 und 7, genau. Du hast aber die falsche Brille dafür. Du brauchst diese gelbe hier. Damit sich das matcht. Schau mal. Ja. Ah, stimmt. Einfach... Einfach der... Der Profi. Brille einfach dann auswählen. Der Farbe ist da. Welche Nummer? Also da Brille 15 und dann Brille 5. Also 5, 15. Ja. Jo. Jetzt haben wir Colour Matching. Warte. Dann speichern nochmal ein neues Schäfchen. Ne, wir müssen ja noch eine Maske holen. Ja. Achso. Willst du die schon drunter packen? Äh... Ich weich jetzt schon als Albert, für das ich schon mal den Helm auf habe. Weißt du? Ja gut. Mach ich auch so. Aua. Jetzt ist der Ho... Was denn? Jetzt war mein Hoop da irgendwie weg. Und dann hatte ich meinen alten Hoop. Und dann hatte ich wieder einen neuen Hoop. Äh... Unsere Quats, die wir eingepackt haben, sind nicht im Parkhaus. Achso. Die sind ja nicht im Parkhaus. Wusste ich auch nicht. Sollen wir mal umziehen, ne? Oder... Ne, ist ja dann blöd wegen der Maske. Hm. Wieso meinst du wegen der Maske? Wir können ja jetzt das alles so ab- und aufsetzen wieder. Ah ja, stimmt. Dann machen wir das. Oh, ich hab keinen Hut auf. Dann fahren wir am besten nackig dorthin. Pass auf. Oh Gott. Guck mal wie ich aussehe. Ich seh aus wie... Oh mein Gott. Was ist denn jetzt passiert? Ist ganz schlimm. Dann fahr ich halt so. So. Ja, ich möchte nicht so aussehen wie jemand der, ne? So, stell den Rucksack weg und dann passt das schon. So fahr ich jetzt mit dem Kott. Ja, wir müssen doch. So. 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 162 Das ist ganz geil Die gibt es auch noch in einer anderen Farbe Die passt richtig gut runter Guck mal Bratan, ich geh einfach als Gaiselander Ja, kannst du auch machen Sieht auch sehr süß aus Ja, die war das ja Das ist ein alter Opa Zombie Opa Warte, wir geben die Madouche in den Funk damit die alle nehmen Ja, ja, ja Maske ist 61 und dann die 2 bitte Okay Perfekt Das ist doch geil Jetzt glaubst du dir die Leute Gucken wir so um die Ach die Haare, guck das ist die Haare schön Ja ist das schön Jetzt kann ich deine Haare sehen Das Mysterium ist mal wieder gelüftet Du hast Haare Eine lange Zeit Hier ist die Station Ja genau Und dann fahren wir hier durch Können sogar hier, opala Schau mal hier die Treppe so runter, aber langsam aufgepasst Da kommen wir so schnell runter So, glaube ich hier dann direkt, ne Schau Das wär ein guter Plan Schau mal wo es hingeht hier Weil da kommen die Cops nicht so schnell nach Weil da kommen die Cops nicht so schnell nach, weißt du Ja, ja, ja Ein bisschen aufpassen, das ist ja rumpelig Und jetzt hier lang So So Das ist halt gucken wo wir rauskommen Da unten Wir kommen jetzt, wo wir rauskommen Wir kommen jetzt unten raus hinten Weil wir das fahren könnten oder laufen Da können wir dann den LaFerrari hinstellen Hier könnten wir den LaFerrari hinstellen Entweder laufen wir hier oder wir fahren halt weiter Also wenn wir hier jetzt rauslaufen würden, wo kommen wir dann hin Wir kommen dann beim, wir sind mal im Flughafen gerade Und vorm Flughafen Oder wir fahren noch eins weiter, fahren wir eins weiter, dann sind wir noch weiter beim Flughafen Punkt check Check, check Check Wer jetzt auf jeden Fall wieder da Das heißt die zweite Station Wir könnten ja dann direkt Stimmt eigentlich umsteigen Jetzt sind wir am Flughafen Ja genau Das ist ja perfekt an sich Hier Mal hochlaufen, einmal zum Test Wollen wir für eine Brille Wir wissen wo wir sind Olli, welche Farbe hat deine Brille? Fünf 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 pass Gelb Ja Cheffe Ja ich hab dich doch abgedingst Ja Ich hab dich abgedingst Soja komm Jetzt gehen wir Bus bauen Machen wir Ich hab nur, ich hab nur richtig Schiss, dass die dann schon da sind Weißt du so Meinst du? Ja komm mal Das glaub ich Ja schau mal wie lang der Weg ist Ja gut, aber die werden dann versuchen hinterher zu fahren Meinst du die denken, wir könnten ja auch in der ersten Haltestelle Ja Weißt du Oder weißt du was krass wär? Was? Wir könnten unten so ein Auto hinstellen Was als Rampel fungiert, dass wir da hochfahren können Aber Mit dem Quad kannst du theoretisch Treppen hochfahren Ja ja Dann könnten wir bis zum Drehkreuz hoch Weißt du? Weil das ist schon sehr lange Schau mal wie lang das ist bis wir da sind Guck dir das mal an Ja gut, aber die müssen ja auch erstmal hier sein Ja das schon, aber trotzdem Guck Oder wir nehmen dann direkt eine Flieger nach Hause Wir könnten uns uns auch in der Chessler davon Aber das wär ein ganz schön teurer Plan Ja das wär ein teurer Plan, hast du recht Aber ich hab den schon Das ist das Ding Ich hab den schon Ja ne Ja das dauert ziemlich lang bis wir hier sind Müssen eh nochmal runter Was denn? Bleiben Fahrräder oder verschwinden die werden irgendwann Die verschwinden irgendwann Ach das Thema hatten wir schon mal Weil da drüben ist ein Fahrradverleid Wir können die Fahrräder uns hier hinstellen Ja ne das ist dann zu blöd Schade Du könntest ja bis da Da könntest du ja fast mit dem Quad fahren Aber du kommst ja die Treppe nicht hoch mit dem Quad Oder ich hätte ne Idee Oder ich hätte ne Idee Oder wir fahren halt wirklich Mehrere Stationen weiter Um die ein bisschen zu verwirren Wo wir rauskommen Weißt du was ich mein? Ja dann lass doch weiterfahren Mal gucken wo wir rauskommen irgendwann Weil hier ist echt lange bis du da oben bist Das dauert echt fucking lang Ja bis dann können die echt schon da sein Ja Schau mal die fahren uns 100 pro hier hinterher Dann kommen die da und sehen das Quatsch steht hier So schnell kommen die uns aber nicht hinterher Das dauert ja im Moment Bis die uns hinter uns sind Ja das schon aber bis wir da oben sind Stehen die hier und runter den ganzen Den ganzen Hecken mit da oben Achso Ja ja warte Andererseits ist es sehr schwer hier zu fahren Wegen den Schienen auch Ich glaub das könnte Au Geht's dir gut? Aua Hast du dir weh getan? Ne Ich glaub du hast alles abgepackt Ich hab mir gar nicht weh getan So null Ja ich hab mir nicht weh getan Ja so ein bisschen Ich hab ne Weste drüber gottse Dank Na ich nicht Na gut Ich dachte schon ich hab's Ich glaub du hast mich so abgepackt Aber du hast so wie mein Baby weißt du Hast dich schön nach oben gehalten Ja Ich hab mir grad gar nicht weh getan an dieser Stelle Da müssen wir aufpassen an diesen Dingern Das ist ganz schlimm Wo sind wir jetzt? Naja das ist genau das Gleiche Hier müssen wir weiterfahren Das ist genau das Gleiche in Grün Ich glaub jetzt Wir sind gerade in Scheife gefahren Das ist der Gleiche halt Oh das ist aber schlecht oder? Und dann kommen wir ja wieder oben raus Das heißt wir müssen ja unten aussteigen theoretisch Aber dann wir fahren halt entgegen wieder Aber dann haben wir das Problem Dann kennst du die Cops Dann können wir auch mal aus Versehen Und dann machst du von Toycrash im Tunnel oder so Ja eben ne also wir müssten dann theoretisch wirklich Oder wir fahren in die andere Richtung Was ist wenn wir in die andere Richtung gucken? Ja ich schau's mir mal an Schau's mir mal an Schau's mir mal So könnte man ja sonst auch in die andere Richtung Einfach sein Ist wirklich besser wenn man langsamer fährt Jetzt sind wir doch woanders oder nicht? Nein 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 Nicht? Ah jetzt kommen wir halt auch wieder raus Ja In die andere Richtung kommen wir wieder in die Stadt rein Ist das ja aber auch dann oben an oder nicht? Oder wait guck mal hier Was ist hier? Also hier kommst du nicht runter Nee das ist zu hoch Vielleicht geht's hier runter Aber dolle wär's doch Was ist denn mit dem Plan Was ich gesagt hatte Dass du grau fährst und dann andere Seite einfach wieder runter fährst Weil da kommen die Autos nicht so schnell hinterher Du meinst dann hier so rüber Ja aber Dann hier auf der anderen Seite wieder runter Ja aber schau mal die dann hier nach 10 Die fahren dann vielleicht hier so lang So rum Ja gut die sind auch auf der anderen Seite Und dann sind sie auf der anderen Seite direkt Ja Das stimmt schon Ich find die Idee noch geil hier mit der U-Bahn Dass die hier runterkommen Und fahren wir hier Ach die Kleidung Schau hier Du kommst hier easy rein Aber hier kommen sie schön Wo bei welchem Keilaufgladen Bei mir wo die denn Ich frage mich wo es hier hingeht Hier haben die Polizisten vielleicht schon ein bisschen Probleme zu fahren Weil guck mal durch die Laternen Durch diese Pfeiler Ja aber wir haben hier auch Probleme zum fahren Und hier kommst du nirgends runter Ja gut aber ein Quad ist ja ein bisschen einfacher Sag ich mal Oho gott Ja ok das ist das ist fies für die Cops wenn wir da hin fahren Aber das wäre auch von uns halt dumm Wir klatschen da runter in der Situation Ja ja Schau mal aber hier Ich dir erzähl grad wenn du jetzt hier Hier runter ne Junge runter und unten ein Auto hin stellst ja Ja schon krass Und du kannst hier nochа Und gespring Ja du kannst hier runter ohne das zu reparieren Ja genau wir können hier runter springen Und dann steht hier unten der Auto Das wär noch geil Ah ja sich season chwarbeiten Ja wo criteria Ich weiß wo wir landen, wir landen beim Schwarzmarkt oder ne, guck, hier können wir easy peasy runter hier einfach absteigen und dann gehts hier runter, ja können wir auf das Teil drauf und dann steht da in der Mitte ein Auto von uns da einfach in der Mitte jetzt, geh mal runter, ja kommen wir hier weg, hier könnten wir raus irgendwie, schau hier rechts, kommen wir raus das ist ja richtig geil der Plan, das wäre krass, aber die kommen jetzt nicht mehr rauf, ja dann müssen wir laufen ja super, dann darfst du selber laufen, dann machen wir das hier so, oder, finde ich schon stark, ja, ist ja schon stark hier diese Einfahrt rechts direkt rein, ich markiere mir das hier mal, ja jetzt, oder was ich habe es jetzt hier markiert, dann fangen wir hier rein, weil hier, schau mal, hier ist es ganz schön eng, da machen die sich echt schon ein bisschen Probleme dann fahren wir hier durch, so dann hier vorne rechts und dann kommen wir genau zu diesem Bahnsteig hin, wo wir dann hier rein fahren, durch diese Lücke aber am besten so, zack zack, und schon haben wir es eigentlich geschafft, dann noch zum Auto, und so haben wir einen fetten Umweg gemacht und die checken gar nichts, weißt du schau, ich kann mir das alles merken, ja ich habe mir jetzt schon alles markiert, das Fahren hier ist etwas kompliziert, also der Erste nicht, der Zweite ist es hier und hier dann absteigen, hier runter und dann schaffen wir das Alter Mann, alter Zombie, Mann Da hat der Olli ja Glück Okay Und dann zwei, genau, genau, ja Ah, der arme Olli, Alter Ähm, äh, erste Person, äh, bewusstlos Jawohl, bewusstlos? Äh, ja, Wollo Ja, Wollo, hat, ist aus dem kopflosen Auto hinten drauf gemettelt Da rollt der Ollo mal wieder weg Aber dein Auto Haze ist da, alles gut Oh, ne Hallo Wo seid ihr? Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht, Achtung Hallo Hallo Da sehen die das auf keinen Fall Ja, ja, lass da, lass da geparkt, genau Ja Ich fahrt mit dem Auto Ich fahrt mit dem Auto Jetzt habe ich etwas verpasst, ich war kurz Was meinst du meinst, ist die Frage Ganz links Ganz links Ganz links Oh stimmt, Kennzeichen Ja, mach den, mach den mal gleich so ähnlich wie ich Achso, ne, warte, dann mach ich jetzt Kennzeichen, wenn ich meinen Lappen gemacht hab Ja 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 Bei Wollo ist ne Null Ich hab einfach 187 Eingegelben auf Ehrebrüder Basis Man erkennt wirklich nicht, wie er das Mädchen ist Die Haare Das Mädchen steht hier, oder? Ja Ja, da geh ich recht Das Mädchen, das du meinst, das liegt neben mir und nennt sich deine Mutter in mein Bett, Alter Boah Der war schlecht Ich hab mich Hello zum Beispiel Also das ist auch mike dass mit